Wer sieht das? Wer sieht das? Wieso ist halt so lieb? Wer nicht achtet? Das haben tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um die zu verstehen. Der Stieb! Der Stieb! Der Stieb! So, das ist ein Fuggel! Das ist ein Fuggel! Das ist ein Fuggel! Das ist ein Fuggel! Oh! Hahaha!